Wir sind wirklich ein Handwerksbetrieb komplett. Wir machen alles von Hand. Mein Name ist Michael Nobis, ich bin Bäckermeister, bin Inhaber der Firma Nobis Printen. Wir sind ein traditionsreiches Bäckereiunternehmen, das es seit über 150 Jahren gibt. Und wir sind wirklich Familienbetrieb pur. Hier sind wir mit 70, 80 Bäckern tätig und backen bleißig jeden Tag jetzt Printen, Stollen, Zimtsterne. Wir machen Dinge, die den Leuten Spaß machen, die schmecken. Also das ist klar, das Online-Geschäft wird für uns in Zukunft immer wichtiger werden. Wir waren vor einigen Monaten bei einem Google-Workshop und das war für uns wirklich ganz aufregend, weil wir da auf neue Möglichkeiten aufmerksam gemacht worden sind. Wir haben ja bis dahin eine Website betrieben, haben einen Shop betrieben, fanden das alles ganz in Ordnung. Aber angestoßen durch den Workshop haben wir dann gemerkt, dass die Kompetenz, die wir eigentlich brauchen, um das gut zu machen, dass uns die im Haus fehlt. Dann haben wir uns jemanden besucht hier in Aachen, der unter anderem auch Google-Partner jetzt ist. Und jetzt gibt es kein Land auf der Welt, das wir nicht täglich Printen schicken können. Wir sind schon stolz auf das, was wir machen. Und das lässt auch nicht nach, auch nach Jahren nicht. Wir sind schon stolz auf das, was wir machen.